Er hält sich hier dabei fast ausschliesslich im Wasser auf. Wir müssen die Menschen dazu bringen, besser zusammenzuarbeiten. Wir lancieren eine öffentliche Datensammlung für Schweizer Dialekte, damit zum Beispiel auch Sprachassistenten wie Siri und Alexa Schweizerdeutsch verstehen. Dafür haben wir eine Webapplikation erstellt, wo wir Sprachaufnahmen im eigenen Dialekt machen können. Dort können wir zusammen Karaoke singen. In der Applikation kann man in der zweiten Phase jede Audioaufnahme auch noch überprüfen. Das heisst, wir wollen hinterher nur qualitativ hochwertige Audioaufnahmen haben. Die brauchen wir dann fürs Training, sodass wir später Modelle bauen können, die Schweizerdeutsch in den verschiedenen Dialekten verstehen. bis zum nächsten Mal. üss! Untertitelung des ZDF, 2020